Moin, Pflatzen, ihr könnt uns hier auf der DSFC Köln-Mächte, Patrick Pfeiffer, den 23-jährigen Innenverteidiger von Darmstadt, gerne verpflichten. Er hat auf gute, also er hat eine gute Leistung auf sich auch mäßig gemacht. Köln möchte mit ihm gerne die Innenverteidigung verstärken, so heißt es. Über Vertragsdetails und Ablöse-Details ist gar nichts bekannt, nur dass Köln ihn ganz gerne haben möchte. Man darf abwarten, was passiert. Ciao, ciao.